Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Gold. Klassische Republik. Was wollen wir denn davon? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich top. Oder das. Und die immer noch hier, Boot ein Dings. Was macht denn noch so was? Das ist doch total... All das ist, außer das Auslaufmodell. Können wir euch Bananen handeln? Ein Mann auf einem Pferd überragt andere sowohl spirituell als auch körperlich. John Steinbeck. Das ist schön. Können wir den bauen? Perrakotta-Armee. Oh, cool. Okay. Okay, wir können jetzt viele Leute... ...kotieren. Wieso renne ich überhaupt noch da hin, wenn das eben weg ist? Oh, meins hat gleich fertig. Das Top. Die Minen brauchen auch noch 10 unten. Es gibt doch mal das hier. Mehr Wohnraum. Ja. So. Ui, 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 ui. Sofrieden. Hier so. Da, das Sofrieden. Also, meins hängt sie, was ist denn hier? Ah, ihr seid jetzt auch erschönst. Na, endlich. Auto. So, was ist das schon mal so hin? Zack. Nächste Runde geht da hin. Okay. Der Wohnraum. Auf top. Bitte warten. Bitte warten. Ich bin mir mit dem Technikabin immer angucken. Ich bin mir mit dem Technikabin immer angucken. Ich bin mir mit dem Haus. Ich bin mir mit dem Hafen hingestellt. und schützen würde ich wie die jene jetzt haben sie da sich in den dorf geboren oder hinder schon wieder in den dorf das wird auch schon wieder platz gemacht Mööö Das ist eigentlich auch besser, warum? Wir sind ja schon Sie werden sehen. Sie werden sehen. Ui! Sie werden jetzt handelsposten? Heureka! Ach, jetzt kann der... Ach so. Na dann hoch da. Die Omini sind auch gleich fertig. Nice. Aber trotzdem würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Euer Renko. Auf Renko Elfie. Ciao, ciao. Ich bin hier zurück und guckt euch das mal an. Was ist hier denn los? Ist das Fernandloch? Ach so, ich hab den Bogenschutz und dann alles klar. Schaut ja. Guckt euch den mal an, du. Gleich, ne? Bei Produktion, wie viel kriegen wir? Eine Produktion, ja dann ist ja klar, wo ihr den gehen dürft und bauen, ne? Was? Was mach ich denn mit meinem Volk? Wie bist du denn drauf? Was? Was mach ich denn mit meinem Volk? Wie bist du denn drauf? Hm. Hm. Wat für vier Runden? Drei... Wat willst du denn? Hm. Was? Hm. Hm. Oh, gut. Ok. Er will gar nichts. Vergesst es. Hm. Wir sind militärisch noch nicht leider so auf der Höhe. Es hat sich die Gelegenheit ergeben, zu einem neuen und mächtigeren Regierungssystem zu wechseln. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Politik ist die Kunst des Möglichen. Okay, alles klar. Autokotinen. Haltet Bonus, Hauptschuld, wir halten einen Bonus auf alle Erträge. Mächtliche Wunden auf Produktion von Wundern plus 10%, plus 1% für jede 20. Runde auf Erdnachgeschwindigkeit. Erzeugt über Einfluss, gewährt 3 Einflusspunkte pro Runde. Hm? Oh! Oh, das liegt auch nicht schlecht. ist das, was auch ein Beispiel für sie in den humben Lage ist. Das scheint, kein Problem zu mir. So, geht das so jetzt. Vielen Dank! So, Pyra. das ist schon mal gut joker politik das kann ja auch machen so viel überwarten gibt es hier nicht mehr einheitenunterhalt das ist ja wieder hier auch gute mime das ist ein typ du den werde ich nicht schlau wir wollen land kaufen jetzt kommen wir uns da jetzt haben wir wüste gekauft und weiter geht es nicht das war mega viel ok was wollen wir als x ist mal ganz ehrlich ritter machen wir das was ist denn hier los mit dir was ist denn hier das ist frech das ist mehr ganz schwierig das wird sein todes unter ich glaube das nicht so 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 so